Hallo Schäfchen! Mach mal den Kopf da rüber. Lass da noch mal ein bisschen näher dran. Jumpy! Die sehen gruselig aus. Hallo! Hallo Jumpy! Ich hab mich erschrocken mit dem Top. Ja Feini! Einmal Schäfchen gucken. Lieber nach hinten. Einmal kratzen. Ja das war erst mal laut. Hallo Jumpy! Jetzt einmal kicken. Hallo! Guck mal, er frisst sie gleich auf. Sind die süß. Kann man da auch zustellen, mein Freund. Süß!